Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir haben 7 Uhr morgens in der Früh in Hamburg. Also das ist nicht ganz richtig, es ist schon 7.30 Uhr. Sowohl ich komme zu spät, als auch Hagen. Es geht heute nach Italien, 2500 Kilometer mit dem wunderschönen R6. Bisher ist bei jedem Trip mit Projektautos irgendwas passiert. Entweder man musste im Auto schlafen, Offroad mit einer S-Klasse geballert. Oh, nee, hat den mal aufgesetzt, ne? Oder ist auch auf einer italienischen Autobahn liegen geblieben. Bruder, CL500. Vielleicht haben sie das in Italien nicht, aber in Deutschland CL500. Ich hoffe, all das bleibt mir heute erspart. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go. Ja, und wer ihn noch nicht kennt, das ist mein wunderschöner Audi R6. Der hatte erst Motorprobleme, die habe ich alle gelöst. Dann hatte er einen Getriebeschaden, daraufhin musste dann der ganze Motor raus. Neues Getriebe rein. In dem Fahrzeug befindet sich ein V10 Biturbo. Bin ich auch mal sehr gespannt, was der alles verbrauchen wird. Auf dem Weg, unten in den Süden. Und wir haben natürlich eine umfangreiche Ausstattung. Und damit meine ich jetzt nicht die Serienausstattung des Fahrzeugs. Sondern ich habe eine richtig dicke Batterie zum Überbrücken. Überbrückungskabel. Einen Feuerlöscher. Und dann geht es hier weiter. Handschuhe. Natürlich Essentials wie Duct Tape oder auch Kabelbinder. Werkzeug. Warnweste. Warn Dreieck, falls ich wieder liegen bleibe. Wasser, Öl. Kühlflüssigkeiten. Drehmomentschlüssel. Und natürlich mein Kali zum Auslesen. Meine Dashcam kriegt gleich noch eine frische Speicherkarte. Und dann treffe ich mich nach einer ordentlichen Verspätung mit meinem Konkurrenten. Denn der liebe Hagen Ampstepp, ehemalig Ampstepp, ist unterwegs mit seinem brandneuen Bentley. Und ich würde mal sagen, das wird eine schöne Challenge. 630 PS versus 630 PS. Und dass die Mühle hier einfach fünfmal so viel gelaufen hat. Oh ja. Der Helikopter ist gelandet, Junge. Die Leute fragen mich. Max, warum bleibst du denn immer nur zwei bis drei Tage in Italien? Und das kann ich euch sagen. Jeder, der schon mal in einem italienischen Bett geschlafen hat, was jetzt nicht gerade im Hilton Hotel war. Ich gehe jetzt duschen, fall ins Bett, chill noch ein bisschen ab. Weiß, wie hart und unangenehm das ist. Ich schlafe eigentlich ganz gerne im Auto. Und nach zwei bis drei Nächten vermisse ich dann doch mein heimisches Bett von Emma Matratzen. Ich habe mir zu Hause nämlich was richtig Fettes gegönnt. Eine unschlagbare Kombination aus einem 9 cm hohen Premium Topper mit Diamond Degree Technology. Um meine Körperwärme optimal abzutragen während des Schlafens. Des Weiteren habe ich eine Emma 25 Flip Matratze mit einer mittelfesten und einer festen Seite, die ich je nach Belieben umdrehen kann. Und natürlich mein Premium Stützkissen, welches ebenfalls über Diamond Degree Technology verfügt und genauso wie ich ein kleiner Softie ist. Des Weiteren bietet Emma Decken, Betten und noch weiteres Zubehör für den perfekten Schlaf in ihrem Online Shop. Und zu Beginn des Frühlings ist bis zum 2.5. der große Frühlings-Sale, wo viele Produkte von Emma bis zu 50% im Shop reduziert sind. Mit meinem Code Maximiliano spart ihr on top nochmal 5%. Des Weiteren könnt ihr 100 Nächte Probe schlafen und profitiert von einer kostenlosen Lieferung und Wiederabholung. Meine ganzen Produkte habe ich euch unten in der Beschreibung verlinkt. Benutzt mein Code Maximiliano für weitere 5% on top im Sale. Und ich wünsche euch wunderschöne Nächte und weiter geht's in Italien. So geht der Roadtrip doch gut los. Fangleuchte an, Airbag leuchte an und eine halbe Stunde zu spät zum Treffpunkt. Ich lieb's doch komplett. Ich liebe's mal wieder einen schönen YouTube-Vlog, ne? Mein Jutster. Freut mich, nachdem es in Amerika schon so gut geklappt hat, ne? Nicht mal eine Nacht, Bentley-Fahrer. Kann ich da super reintanken? Da könntest du rein theoretisch alles reintanken, was hier draufsteht. Ah, entspannend. Also ich hab bei meinem immer 102 Ultimate, da war aber auch ein Dings drauf. Die sind nicht ganz so verbrauchsarm, die Beschichten, deswegen... So eine 98, ne? Es gibt hier kein Ultimate, so eine Rahl. Also ich knalle auch 98 bei mir rein. Aber da ist ja auch Software drauf. Ja, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch nach dem AMG GT, auf jeden Fall dein geilstes Auto, meiner Meinung nach. Finde ich aber auch gut, dass du dir für jeden unserer Italien-Trips ein neues Auto holst. Gucken wir mal, wie viel Gran Turismo noch im NMGT steckt dann. Bin gespannt, wirklich jetzt. Aber jetzt war ja ernsthaft, wie ist jetzt bisher dein Eindruck? Du bist ja jetzt schon 20 Kilometer gefahren. Ich bin bisher nur durch die Stadt gefahren und so weiter. Also ich hab noch keinmal mehr als Viertel Gas gegeben. Ich bin noch keine Kurve gefahren. Dann bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, wie das da... Ja. ...wenn ja bestimmt auch ein, zwei Pässe vielleicht fahren, wie sich das Auto da bewegt. Ob das halt so oberklasse-mäßig Sänfte ist oder ob das schon ein bisschen zu Kuchen geht. Ich kann's dir nicht sagen. Ich hab ihn selber nur in Hamburg im Stadtverkehr bewegt. Ich bin auch sehr gespannt, auf jeden Fall. Aber die Specs sind ja ähnlich wie beim R6. Scheiße schwer, Riesenbremsen, Riesenmotor, uneinstellbares Luftfahrwerk. Ich bin sehr gespannt. Und auch auf deinen Verbrauch, ne? Die Jungs haben gestern, apropos schwer, die Felgen... Hast du mitbekommen, dass du noch den Zentrierring gedreht hast und weiter? Die haben die Felgen mit einem Wagenheber hochgenommen auf die Bühne. Weil die im Land so viele Felgen so scheiße schwer sind. Also wie ist es wirklich... Digga, da kriegst du Rückensprobleme drin. Wie ist es? Äh... LKW-Technik, ne? Man sieht's ja auch am Reifenverschnitt. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, auch auf den Verbrauch und insgesamt, wie sich die beiden Voliden verhalten. Start your engine! Reset your Kilometerstand. Beide Fahrzeuge haben jetzt jeweils 70 und hagen 80 Liter getankt. Ich bin sehr gespannt, wer als erstes die weiße Fahne ist, ne? Mit der Tankstelle, ich bin leer! Ja, wir fahren jetzt hier gerade mal runter von der Autobahn. 480 Kilometer bin ich gekommen. Und wenn ich bremse, dann hört sich das Ganze folgendermaßen an. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist die Radhausschale. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das eigentlich nicht sein kann. Kaum in den Alpen angekommen, wie ihr seht, in Österreich. Schon ist eine Motorkontrollleuchte wieder da. Richtig, richtig geil! Habe ich jetzt mal ausgelesen. Und dieses Mal haben wir in der Lotterie Umluftventil für Turbolader, mechanischer Fehler. Ey, wie viele Fehlercodes kann diese Karre eigentlich schmeißen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Löscht den Fehler jetzt einfach und weiter geht's, ne? War bestimmt nur was Sporadisches, oder? Schreibt es in die Kommentare. Komm, krieg ich den Fehler nicht rausgelöscht. Egal, lass einfach weiter. Hagen will weiter. Ich habe auch langsam Bierlaune nach 800 Kilometern. Deswegen fahren wir jetzt einfach mit Motorkontrollleuchte weiter. Scheiß drauf, Digga. Darum kümmere ich mich morgen. Hagen hat auch richtig diesen Vibe. Von wegen, geh mir nicht auf den Sack mit deinen Erst-Sex-Problemen. Schatzi, warm macht um 20 Uhr zu und ich geh... Oh, die Dusche läuft, der Armstep ist wach, der Himmel ist blau und selten war eine Emma-Werbung auf jeden Fall besser in einem Video platziert als bei mir. Damit guten Morgen, Freunde. Wir sind in Rivadale, Ghana gelandet mit unseren U-Boot-Motor betriebenen Helikoptern. Ich klappe jetzt noch kurz mein Bett zurück zu einer Couch. Und dann gibt es ein wunderschönes Frühstück in unserem 32-Euro-Apartment und ich zeige euch mal, wo wir hier gelandet sind. Einfach nur genial. Toastbrot ohne Rinde. 1200 Kilometer durch Europa gefahren vom original italienischen Kaffee aus der La Pazza. Schö, Digga. Einfach wie meine Injektor-Reinigungsmaschine. Also wenn man den Hintergrund rauscroppt und so, dann sieht das aus, als würdest du in Venedig sitzen. Das Outfit ist wirklich eine 10 von 10. Nächster Tripp an Venedig. Ja, da ist der Schimmel sogar links und rechts. Wer isst denn sowas? Aber jetzt hast du die Butter schon weggelassen. Ich hab die Butter weggelassen, weil die Butter sich... Ist wie in Amerika. Die Butter klumpt so rum und der Käse lässt sich besser beschreiten als die Butter. Deswegen ist das mein Butter. Die Käse und da, wo Johannesbär marmel ist. Boah, das ist aber heftig. Respektive Südtiroler Speck. This, this is it. Die italienische Sonne ist da. Alter, sieht das hier müllig aus. Wir fahren jetzt mal hoch, Oppenberg. Und dann klären wir mal, was die Babys verbraucht haben. Boah, ich dachte gerade, die brennen. Den Sitz kannst du auch noch nach hinten fahren, ne? Das ist alles. Alter, irgendwie ist das Schiff. Alter, scheiße. Digga, das hat sich schon in Südtirol angekündigt. Ist halt immer wieder nice, in Riva del Garda durchzufahren, insbesondere mit dir. Hier auf dem Lidl Parkplatz haben wir mal einen Transporter verloren. Doppelschwung, Doppelmassenschwung, Radschaden. Und dann bin ich hier losgefahren, hab dir noch die Hand gegeben mit der CBR 600 und dann über den Brenner rüber. Ab nach Deutschland auf dem Moped. Gute Fahrt, Diggi. Ach, meine Scheiße hier. Stimmt. Du bist mit dem Moped und es war Schnee auf dem Brenner. Und du bist in Jogginghose auf der CBR da lang gedüst. Alter Schöne. Ich dachte auch wirklich, das war es mit mir wirklich. Also der Mann war ja damals, der Mann war ja so drauf, einfach, komm, scheiß drauf, ich muss jetzt irgendwie nach Hause und ich mach das jetzt. Und war sich einfach überhaupt nicht so über irgendwelche Risiken oder sowas bloß, ne? Auf jeden Fall richtig nice, wieder in Riva del Gada zu sein. Endlich einmal bin ich auch mit einer coolen Karre mit Ausbruch vom Gada. Sehen wir uns immer nur ein White Tiger, also was gehabt? Nein. Hat er uns noch richtig gut den Berg hochgebracht, ne? Der kleine Quattro. So, Freunde, angekommen auf der berühmten, der allerechten Aussichtsplattform. Die Lüfter sind wieder ausgegangen. Der RS6 hat es geschafft. Wir sind erfolgreich am Gada-See angekommen. Ganz hinten in der Bucht ist Riva del Gada. Das Haus da. Ja. Nächstes Bauernhofprojekt. Ich würde hier nie wieder weggehen, der Gada. Ich würde hier nie wieder weggehen. Einfach da chillen. Ja, das ist schon krass. Das ist schon wirklich heftig. Das muss man erst mal auf sich wirken lassen. Die Berge, die Sonne, die Ruhe, die Natur. Und eine wunderschöne V10B-Turbo, weswegen wir hier heute hier sind. Die Fahrradfahrer neben mir schütteln alle schon. Komm. Eigentlich ist das hier Wanda-Tracking-Seniorenresidenz. Aber eine kleine Gruppe YouTuber verschlägt es hier jedes Jahr wieder her. Und heute haben wir den wunderschönen V10B-Turbo RS6 mitgebracht. Und ich muss wirklich sagen, er hat es wunderbar gemacht. 1100 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Die Motorkontrollleuchte wegen dem, oh, was war das? Turbolader-Bypass-Ventil oder sowas. Drei-Wege-Ventil. Fehlfunktion. Die ist nicht wiedergekommen. Die habe ich vor ungefähr 600 Kilometern gelöscht. Wenn ich den Sensor hätte tauschen müssen, sitzt der hier wieder komplett in diesem Geweih drin. Das heißt, man hätte obenrum wieder alles abbauen müssen. Ansaugbrücke wieder ab und dann den Sensor tauschen. Den hätte es tatsächlich hier auch in Italien gegeben, weil er für viele Turbodiesel und sowas halt ein bekanntes Ersatzteil ist, was gerne mal kaputt geht. Ein riesiges Werkzeug hätte ich tatsächlich auch dabei gehabt, um das hier alles auseinander zu fummeln und mal kurz das Ventil zu tauschen. Allerdings hat sich der Fehler dann von selber erledigt. Ich denke mal, das war also wirklich, man will jetzt wirklich die Lage nicht übertreiben. Der RS6 hat es wirklich wunderbar gemacht. Einmal muss ich jetzt einen halben Liter Öl nachfüllen. Da hat er mir einmal angezeigt, dass er was braucht. Ansonsten wirklich wunderbar. Ich bin richtig, richtig zufrieden mit dem Fahrzeug. Das einzige Manko, was wir haben und das finde ich schon sehr krass, wenn man halt bedenkt, was mein alter Bentley verbraucht hat, ist, dass ich auf die gesamte Strecke unter 10 Liter weniger verbraucht habe als du im Bentley. Bei der ersten Tanke haben wir, glaube ich, 2 Liter Unterschied gehabt und wir haben zweieinhalb mal vollgetankt. Also würde ich sagen, unter 5 Liter habe ich mehr verbraucht auf die ganzen Strecke. Und er hat 1 Liter Hubraum mehr. Leistung fast identisch, Gewicht auch, aber hätte ich nicht gedacht. Also ich bin auch positiv überrascht vom Bentley, muss ich sagen, weil du mir auch Angst gemacht hast, dass man den nicht unter 17 Liter bewegen könnte. Aber das ist ja Quatsch. Wir sind jetzt auch nicht gerast, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht, glaube ich, weil du dachtest, dass er weniger verbraucht, ne? Ja, ich bin komplett enttäuscht. Was sagst du, was er verbraucht, sag mal? Max dachte 10 Liter. Max dachte, es ist ein S500. Ich dachte schon so 11, 12 Liter, finde ich ehrlich. Aber ja, das macht den Karren auch nicht fett. Jetzt können natürlich alle wieder auch in die Kommentare schreiben, Kraft kommt von Kraftstoff, bla bla bla. Aber ich wollte es einfach einmal zeigen, dass das einfach eine richtige Saufziegel ist, genauso wie der Bentley. Beim Bentley kann ich es aber noch verstehen. Die Relation von Verbrauch zu Leistung, Gewicht, Sänfte etc. Beim R6 muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Also, ja. Aber wen juckt schon der Verbrauch? Wenn wenigstens Reparatur und Wartung jetzt nicht wieder anfallen nach diesem Trip, wollen es jetzt auf jeden Fall nochmal richtig wissen. Dylan noch ein bisschen mit dem V10 Bituro hier durch die, ja Alpen hätte ich fast gesagt, durch die Berge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Haut rein. Bis dann. Derjenige, der immer im Hintergrund sitzt und dann so macht. Tschüss. Mit Pierre ist das immer gut. Kostensloses Abo. Mit Pierre ist immer gut. Bis dann. Habt eine gute Zeit. Bis dann, ja. Tschüss. Und immer in der Handbreite Öl unten in der Ölwanne. Beziehungsweise eine flache Hand mindestens. Das reicht.